Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück bei Amriyo und einer neuen Folge im Far Cry 3 Koop mit dem lieben Bruga, der freudig herumspringt und rumballert in Rebelle. Ja, die letzte Folge kam auf Brugas Kanal, die war ja nicht so berauschend. Es war stressig, wir sind nur gestorben hier, das musst du keinem sagen. Das stimmt wohl. Mal gucken, wie es diesmal läuft, es ist ja das finale Kapitel, Leute. Finale, oh oh oh. Also viel gibt es glaube ich leider nicht mehr zu sehen, schade, schade eigentlich, aber trotzdem jedem, der das... Dann, wir könnten die Jetskis nehmen, wenn wir die Kackbäume beseitigen. Die Kackbäume. Die Kackbäume und das Kackschiff und die Kackjetskis und die Cocktailschlampen. Ja, ich kann trotzdem jedem nur empfehlen, der das Spiel jetzt gesehen hat, das Koop, das Singleplayer, also der Singleplayer ist noch um einiges besser, kann man sagen, spielt es. Oh oh oh. Hab sie wiedergefunden. Ach man. Muss das denn sein? Steht der Penner auch genau da und sieht mich. Hier ist was. Was, was? Was hab ich da eben gekriegt? Aua. Ich hab dir mal den Arsch gerettet. Oh danke. Hinterland. Tut mir leid. Bandelier freigeschaltet? Was ist das denn? Band, Bondage. Band. Wo ist denn der? Hab ihn. Ah, ich bin gleich tot. Schon wieder. Warum kann ich... Wow. Dummsau. Komm, heil dich mal Mädchen. Irgendwie so ein bisschen passiv, mein ich. Ich werde dich mit drüben Vergnügen auslesen. Ich muss landen. Doppelkill. Sauber. Irgendwas schießt er noch auf dich. Ach, der Typ mit der Panzerfaust, glaub ich. Wow. Ach so, na denn. Kommt davon, Kumpel, wenn man sich nicht auf den konzentriert, der einen gerade abmurkst. Such nach irgendwas, das explodiert. Irgendwas, das explodiert? Geh mal weg. Ich geh mal hier rein. Geh mal weg. Ich hab, ich hab was. Ne, du hast was. Ich hätte jetzt mal der Panzerfaust reingeschossen. Ja, das wird dir so passen. Kann man machen. Kann man, kann man machen, ja. Kann man mal machen. So, jetzt hab ich wieder vier Schritte. Ich glaube, ich glaube, der Coop ist im Vierspielermodus auch noch um einiges lustiger. Das haben wir bisher noch nicht ausprobiert. Wollten wir aber eventuell mal machen. Ja, können wir mal irgendwie so ein extra Video. Das wär gar nicht mehr so schlecht, glaub ich. Genau. So. Wir kennen ja ein paar, die das auch noch haben. Oh, warte, ich bin hinter dir. How to play im Vierer-Coop. How to die wohl eher. How to die, äh. How to versink alte Nutten im Sperrwasser. Wo denn? Wow. Modus. Da vorne. Ich höre einen Hund. Ja. Töte den Hund. Ich kann nichts machen, du musst mir helfen. Ich hab, ja, ich hab, ich hab einen runtergeschossen. Wow. Ich glaub, je nachdem, mit wem wir spielen, wissen wir was wohl auch auf normal spielen. Dann auch schwer. Ey, von hinten schon wieder, wo kommt der denn? Wow, bei mir aber auch. Ey, ist das nicht sein Ernst? Oben sind zwei Stück, Achtung, bei mir. Achtung. Jawoll. Oh, nicht jawoll. Oh, guck mal, wo du liegst bei mir. Na. Das wär so schön gewesen. Du liegst mir zwischen den Beinen. Das ist aber... Ich bin etwas anzüglich. Wir kennen uns doch gar nicht. Das ist gewollt. Guck mal, wir haben schon so viel durchgemacht. Ja. Da kann man sich auch mal zwischen den Beinen liegen. Richtig. Ich hätte da eine Idee. Spritzen. Brauchen wir uns mal einen Boost verpassen? Nimm es. Nimm es. Das wird dir gut tun. Ja, ich nehm es. Danke für den Schuss. Wir teilen uns eine Spritze. Danke für den Schuss, wie so bei zwei alten Junkies, ey. Ja. Fick dich, du toter Witzer. Raketen voraus. So. Bitte nochmal ein Kampfschrei dazu. Hinter mir. Oh, Mann. Kannst du mich wiederbeleben? Achtung, von hinten kommt einer. Ja. Bei mir auch. Von hinten mit der Pump. Das ist so geil. Du könntest halt nichts machen. Warte mal, warte mal. Ich wähle mal. Ich wollte mal eine Schal gedämpfte. No. Das wird wenigstens mal ein bisschen länger überleben hier. Dieses letzte Kapitel, ey. Das ist so... Ich sag mal, erst wenn wir aufgeboostet sind mit Kampfschrei und unserem Booster, dann sind wir so stark wie so ein Durchschnittssoldat, glaube ich. Ich nehm diesmal Regeneration. Okay. Ich brauche Beisager mit meiner LMG. Machen wir nass. Jetzt haben wir ja beides. Lass mal Steppen versuchen ein bisschen. Okay. Hier vorne war nämlich nur einer. Ich find's auch so doof, dass man nicht so einen Indikator hat, von wegen so, jetzt zieht er dich. Nein, die sehen dich einfach. Ich geh mal rechts rum. Achso, du bist ja auch hier. Ja. Da ist nämlich irgendwo einer. Dann geh ich mal hier hoch. Und da war einer. Ich hab mal wischt. Das ist echt sauber. Soll ich probieren, oder machst du? Machst du den oben? Ich mach den hier vorne. Ich hätt jetzt mit Schall gedämpft mal geschossen. Achso, mach, ja. Happen. Du weißt, wie man eine verfickte Bombe macht, oder? Perfekt. Eine verfickte Bombe. Noch einen. Zack. Nahkampf ist so gut. Hm. Vorne ist noch einer. Ich mag Nahkampf auch. Och man. Dom ist auch hinter mir. Boah. Du hast mich jetzt fast das Leben gekostet. Ich war grad an den beiden dran. Du wurdest dann next. Da puh, 100 Stahlschädel bekommen gerade. Oh, wie soll man auch aus allen Löchern wiederkommen, ne? Ja. Habe ich in den Hund. Scheiß Hund. Ich glaub, sie mag keine Runde. Wie böse. So, ich hab hier Sprengsatz. Okay. Ich glaube nicht, dass ich da durchkomme, aber... Hinter dir. Hinter dir, hinter dir. Ey. Ah, ich hab ihn grad noch bekommen. Ich kann nicht mal so schnell umdrehen. Da hat er mir schon zwei Schuss. Von vorne kommt wieder einer. Achtung. Bei mir. Jawohl. Auf und rechts auch noch mit Panzerbaust. Achtung. Jawohl. Das ist so unglaublich. Boah, ich fühl mich grad... Wie so ein Arnold Schwarzenegger, ey. Du Pisser Schrotflinti. Ja. Mach hier den Hals gerammt. So wie er es verdient. Die an die Schulter. Oh, Kinder. Das ist jetzt mal gut, ey. Da tötet man zwei und fünf neue kommen nach. Im großen Durchgang hängt einer. Links. Hund. Oh. Ich weiß nicht, ich hab irgendwo einen Hund gehört. Dachte ich zumindest. Da sind sie ja. Ich mach das. Ich mach die Deckung. Ach, der Hollerkopf nicht. Da ist es ja. Würdest du vielleicht den Sprengsatz legen? Ich hab dennoch keine in der Hand. Wom sollst du den Dun anlegen? Was so ein Sprengsatz... Also erstmal frage ich mich vorher. Wir wissen, dass der Sprengsatz da drin war. Und zweitens frage ich mich. Woher wir wissen, dass der Sprengsatz da liegt. Alles hier über PDA eingespielt bekommen. Nur um einen blöden, beschissenen Baum wegzusprengen. Einen Kackbaum, hat er gesagt. Wir könnten ja auch einfach da entlanglaufen am Ufer. Nein, das muss ja unbedingt schnell gehen. Und kompliziert, natürlich. Ja. Ich will den rosa... No. Ich nehm den in rosa. Ich will den grünen. Bäm. Jetzt hat er grad nicht explodieren dürfen. Das wär... Hab Schuss. Oh, und auf einmal ist er weggeploppt. Boah. Ich verscheuert. Da vorne sind noch mehr Scheißbäume. Nicht ein paar von den Bösen. Bei dem ist alles Scheiß. Dann zerledige ich das selbst. W-w-w-w-w-w. Ah. Ah, okay. Ich seh schon, was da auf uns zukommt. Na? Minispiel, was du wieder gewinnst. Drück mir die Daumen, Buga. Ja, ja, ja. Bis jetzt hast du jedes gewonnen eigentlich. Ne, du hast eins gewonnen. Ja. Mit dem MG's. Ey, du... Was machst du denn? Drückst mich wohl weg. Du drückst mich weg. Ich krieg Punkte dafür, dass ich dich wohl wegdrücke. Das meine hier, Lutscher. Kannst du mich etwa wegrammen? Ich höre dich da hinter mir. Ne, eigentlich nicht. Ich probiere die ganze Zeit irgendwie... Woll. Ey. Ja. Du wirst mich ablocken hier. Au. Ich dachte, ich hätte die Bombe gehabt. Ne. Hab sie wieder geschnappt. Kann man da rauffahren? Die Wasserfälle. Keine Ahnung. Ich hab's noch nicht probiert. Okay. Zurück, du Penner! What? Hattest du nicht auch... Äh, hattest du überhaupt eine? Ne. Ich hab's dir geklaut. Ach so. Ich dachte, du hättest einen in der Hand gehabt. Oh, ich kann nicht hoch. Na? What? Wie dumm ist das denn? Ich glaub, du musst mich rammen. Hey, ich hab dich da getroffen. Ich hab dich da getroffen. Ich komm hier nicht rauf, du. Man kann auch nicht so schnell fahren, wenn man eine Bombe hat. Oh, ich bin auf dich drauf gelandet. Das ist meine Bombe. Yay. So. Bin fort mit dir. Ich hab mir eine andere so. Abgehoben. Ach so, dafür gibt's auch mal Punkte, oder wie? What? Wie dumm war das denn? Wie verbuggt. Hm? Wie verbuggt war das denn, frage ich mich gerade. Ole, ole. Das ist so verscheuert eigentlich. Wow. Schade, dass man da nicht hochkommt. Ja, manchmal will's irgendwie nicht so, ne? Boah, ich komm da nicht hoch. Das ist aber ein komisches Level. Sehr verwirrend. Ey, ich komm da schon wieder nicht rauf. Was ist das denn? Toll, ich kann gar nicht mehr... Ich häng fest. Was ein Scheiß, ey. Man kann sich hier scheinbar doch verbackeln. Ah! Yes! So eine Sau, ey. Meine Bombe. HINFORT! Na. Go, go, go! Nein! Gar nicht wohl. Get that bomb! Oh, Mann, oh. Wo ist die nächste? Ich hole mir die nächste Bombe. Wo ist die denn? Ach, da. Äh. Oh, nö. Ich häng auf dem Grün fest. Jetzt echt? Ey, ich kann nicht... Ich kann mich nicht mehr bewegen. Respawn. Toll. Ey, das ist unfair. Yes! Das ist so unfair. Ich hätte so gewonnen. Einfach nur. Ach, Mann. Ey, ich bin zweimal wirklich stecken geblieben. Konnt mich nicht mehr bewegen. Ist doch Bullshit. Hätten die Leute mal eine Kamera gehabt, ich hätte den Sieg gehabt. Locker. Ich hätte für die... Was war das denn gerade? War das ein Torpedo? Hast du das gesehen? Ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich waren das auch wieder die Bomben, die da den Baumstamm sehr realistisch weggestrengt haben. Was? Zurückkehren zur Schlacht? Okay. Aber ich glaube, die EP teilen wir uns ohnehin. Ist ja auch unwichtig. Ich meine, ich spiele immer mit denselben Waffen. Und bis wir mal Level 60 haben, um neue Waffen freizuschalten. Ja. Ich habe immer noch diesen grünen Schimmer. Was soll denn das? Hast du das auch? Um das Bild rum? Wahrscheinlich schwächt es gerade ab, so. Warte mal, lass uns das mal einen Boost gleich geben, oder? Besser jetzt, bevor wir dann eh wieder drauf gehen. Ach, ach so. Äh, ja. Ich nehme... Bro, so. Irgendwie mag ich die Lippensynchronisation von der gar nicht. Die reißt den Mund auf. Das ist echt... Ich habe schon jemanden erwischt. Na, was ist denn da oben? Drecksau. Versuch, mit dem MG zu kommen, oder was? Das wäre gar nicht mal so abwegig, würde die das sagen, glaube ich. Hier passt einfach jede unfledige Ausdrucksweise. Oh, komm, schrei. Was ist denn da? Du hast bei mir zwei Meter durch die Luft geklippt, über diese Mauer drüber. Ja, klar. Oh, what? Ich renne jetzt einfach durch. Hier unten ist die Tür. Uh, lulu. Ja, 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 ich brenne. Du brennst? Da kommt ein Dicker aus dem Tunnel hier. Ja? Oh. Das ist einfach mal Molly's raufwerfen. Einfach die Molly's und er stirbt. Äh, ich werde nicht durch. Okay. Du bist gutig. Ich nehme mal den Schlammwerfer. Zack. Und er ist komplett leer? Was soll die Kack? Achso, jetzt Molly. Hallo, da ist was. Man kriegt keine Molly aufgefüllt. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich weiß nicht. Ah. Kampfschrei. Richtig. Kampfgoloss. War nicht hier. Ah. War nicht irgendwo explosiv? Ich sterbe mich. Ich stirbst du. Ich muss laden. Fickpisse. Fickpisse? Was? Er ist so krank einfach nur. Er kriegt einen Schuss in den Kopf und sagt noch Hilfe. Hä? Die haben bei mir irgendwie so ein Symbol, als wären die... Als würde man die gebrauchen für irgendwas. Da ist eine Lampe. Da ist eine Lampe. Hä? Die haben im wirklichen Kopf, als wären sie ein Munitionslager. Also so eine Kiste über dem Kopf von mir. Als würde man die gebrauchen. Ehrlich? Ja. Wie so ein Munitionslager. Oh, ich soll nochmal spritzen. Ich geh nochmal ganz kurz zurück um meinen Muni. Ich hab auch spritzen. Oh, Alter. Kannst du das noch fünfmal sagen, bitte? Dass da Munition ist? Ich bin hinter dir irgendwie ganz weit weg. Renn mal nicht so. Ich komm gleich. Ich weiß gar nicht, wie ich grad zu dir komm. Bist du über die Treppen oben? Okay. I see. Na? Wo hast du dich versteckt? Da oben. Wo hast du dich versteckt? Oh, da oben ist ja einer. Ey, wo ist denn meine sekundäre Waffe hin? Ich hatte eben zwei Waffen und die zweite ist weg auf einmal. Die hatte ich eben noch. Hier ist übrigens auch Munition gewesen. Oh, okay. Na toll. Oh, Gott. Achtung, bei dir kommt... Ja, genau. Nur kein Sprengzeug. Geben wir eure Waffen. Nein, ich will keine schreckige Schraube. Oh, 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 oh. Erwischt. Erwischt hab ich den. Wo ist da Muni bei dir? Oh, okay. Vergiss es. Hab noch. Hast du es gefunden? Ja. Kopfschuss. Double Kill. Ich schleiche mich mal hier hoch. Checkpoint. Guck mal, was machen wir hier eigentlich? Heben wir hier gerade einen Armee-Lacker aus? Sieht so aus, ne? Hier sind Spritzen. Das bedeutet, wir könnten gleich mal eine benutzen. Sehr schön. Ups. Geh da rüber, Alter. Warum nicht? Hast du das gehört? Oh, mach schnell, schnell, schnell. Da kommt einer. Nicht bewegen. Das ist ganz schön schlüpfrig. Ja. Alter. Warum nicht? Dieses Spiel. Ach, dann verblut mal schön. Was bist du? Hinter uns! Oh, boh, 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 boh. Ich seh's, ja. Ich sterb gleich. Halte dich, halte dich, halte dich! Halte! Das ist doch nicht immer so spannend hier. Doppelkill. Oh. Auf ihn. Fick dich, du toter Witzer! Ich lade nach! Gar nicht so schlecht! Hey, Raketen! So. So, wir stürmen hier echt nach Armee-Basis. Ja, ziemlich gut sogar. Also, wenn's mal klappt mit uns, dann klappt's auch gut. Ja. Aber es hört sich auf den Weg nach Finale an, ne? Ja, so ein bisschen. Ich glaub, wir hätten aber eigentlich nur noch... Ja, ha, ha, ha. Ah. Ich többi nicht. Oh, ich hab's rübergeschwissen, weil er zurückgezuckt ist. Achtung, bei dir oben. Jawohl. Na, ich bin umgekippt. I'm down, I'm down. Ich auch gleich. Ich versuch's noch. Ah. Ich hab mein Kammschrei rausgehauen. Lauf doch! Oh. Okay, ich bin tot. Hier oben lieg ich auf der Treppe. Ich schaff's jetzt. Boah. Achtung, da kommt einer. Nee. Shit. Die haben da gerade so wieder so gut gezählt. Ey, ich fass das nicht, dass da so ein krasser Unterschied ist. Ja, vor allem die laufen und schießen dabei. Die können da gar nicht treffen, wenn wir mit Zielen kaum treffen. Och, nö, nicht schon wieder. Och, nö, ne? Das ist nicht dein Ernst. Die Checkpoints sind sehr fair, stelle ich gerade mal wieder fest. Also, der... Bisher waren sie eigentlich immer relativ okay gesetzt. Aber das hier ist ja jetzt echt ein schlechter Scherz. Mann, das kann doch nicht sein. Vorhin war da keiner. Das ist überaus fair, doch. Okay. War das alles? Das sieht gut aus. Ja, sieht so aus. Nee, ich höre einen bei dir. Nee, das war ich. Das ist nicht deine Grafweite. Ach da. Ja, Kopfschuss. Sauber. Aber ich glaube, wir sind gleich schon wieder so weit, ne? Ja. Ich sehe es auch gerade. Ich würde sagen, wir gehen hier noch an die Frischluft und dann... ...hast du die Ehre für den nächsten Part. Bei der Erstürmung des Zeughauses hier. Könnt ihr mal sterben, ihr verdammten Drecksäcker? Einfach mal. Was ist er denn da oben sind zwei? Nee, unten. Das ist nicht mehr weit. Nicht mehr hin. Zu einsam. Ich will. Oha, ja. What? Schlecht. Oh, Mann. Oh, Gott. Was die aushalten, weißt du? Auf den Körper. Und die kriegen überhaupt keinen Schaden. Einfach mal. Wie viele da kommen. Da ist es ja. So, wollen wir uns hier oben verschanzen und dann... Ja, warte. Ich gucke gerade noch, was da für Gesichter kommt. Oh, ha, ha, ha. Da kommt wieder einer. Nach landen. Raketen voraus. Hauptschoss. Jawohl. Ich finde es irgendwie einfacher, die zu treffen, wenn die sich irgendwo verschanzen. Man kann so schön über die Deckung genau den Kopf anvisieren, den Helm. Das sehe ich eh nicht, ja. Ja gut, dann machen wir hier einen kurzen Break. Ich ballere nebenbei noch. Ja, ähm. Ich muss den dann noch eben umhauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Also eine positive. Wenn es euch nicht so gefallen hat, könnt ihr auch eine negative Bewertung dalassen. Aber dann würde ich mich über Kritik in den Kommentaren freuen. Gerne auch per PN, falls euch das unangenehm ist, das in die Kommentare zu schreiben. Und jo, die nächste Folge kommt wieder bei einem Bruger. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Auf rein. Ciao.